Ich muss mal ein bisschen rauskrollen. Sieht gut aus. Ein schwarzer Haufen, Mist. Und eine Gäber. Aber irgendjemand löscht hier ganz wild, das stimmt. Ich weiß noch nicht mal wie man die löscht. Einfach rauskuhren und entfernen. Aber das kann halt jeder. Ja verdammt, habe ich mir die wieder vollgesaut gerade. Verdammt. Ich muss kurz eine Lampe reparieren gehen. Ich muss auch noch was. Ekelhaft. Muss ich direkt mit meinem T-Shirt aufwischen. Alles wieder sauber. Alter, guck mal, die haben alles weggelöscht. Das ging aber fix jetzt. Die waren wohl sauer. was wir trotzdem gut so haben. Was aber das war. Und ein Schroef wird dadurch einfach vorher nicht aufgewachsen. Am Tag herrschedigt sich wieder rauskuhren. Wir haben jetzt wieder auch einen Schroef. Das ist ja so. Jemand löscht wieder alles. Das war völlig korrekt, was der Stamm. Das stimmt allerdings. Eigentlich muss ich noch was essen. Ihnen gehen? Ja. Nom 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 nom. Man macht das nicht so tolle Geräusche wie bei Daisy. Total gut. Fertig. Alter, jemand löscht die sofort. Ich glaube, es ist ein Mad. Mad, 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 mad. You mad? Yeah. War das einer von euch mit Yeah? Hat jemand von euch Yes gemacht gerade? Ich nicht. Ich hab You mad geschrieben und jemand anders hat Yeah geschrieben. Fuck je. Ich fahr zum ganz durch mein Geld aus. Sinnlos. Ich leg meine Waffen in den... ...in das Ding rein. Inklusive Night Vision kaufen neues. Oh, in welches Ding, in welches Ding. In die Special Web. Great. Oh mein Gott, ich kann gleich was sehen, oh mein Gott. Okay, bin wieder da. Ja. Er hat gewonnen. Ich hab gewonnen gegen das Ding. Nein. Und dann? Er hat gewonnen beim Node's Delete. Ich weiß nicht. Ist es jetzt schon Tag? Nein. Okay. Guck mal, ich hab eine Schranke gebaut aus dem Tor hier. Ein Schrank? Eine Schranke. Meistens Schranke. Eine Schranke. Steht jetzt... ...precht. Hast du schön gemacht, Max. Ich bin stolz auf dich. Das sind schon zwei Kilometer. Das ist ja nix. Boah. Kannst ja auch laufen. Ja, fahr mal hin. Aber lad erst die Waffe aus dem Tor, oder? Hab alles, hab ich alles. Hast du nichts? Ich hab meine Waffe dahin gelegt. Waren hier noch Waffen drin, oder was? Ja. Mal gucken, was wertig drin war. Und zwar ist verdreht. Narkais, okay. Nein, Narkais. Also? Oh. Das war's. Das war's. Das war's. Oh yes. Ich hab Op4 Base und Blue4 Base bei uns hingemacht und jemand hat bei Op4 Nein und bei Blue4 Yes drunter geschrieben. Ich hab ein Smiley gemacht. Oh, die löschen immer alles. Ich helfe dir, Belly. Aber ich kann keine mehr machen. Jetzt wieder. Mach ein Skript. Schnell. Ja, das ist ja eine gute Idee. Nein. Aber ich hab keine Lust. Nee. Nee. Der Helga hat mir grad geschrieben, ob wir alle tot sind, weil sich keiner mehr im in so einem Robot App meldet. Check ihm die Teamspeak IP. Der hat nicht mal Computer, glaub ich. Ja, deswegen wird er verwirrt sein. Über die Zahlenkombination. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Max, was holst du? Schüsse? Ich sehe Schüsse. Wer war das? Wer war das? Wer war das? Da kamen gerade fiese Schüsse an. Nein, ich weiß nicht. Max? Warst du gerade draußen? Ja, ich jedenfalls. Was denn? Schüsse? Warst du das? Nein, ich bin beim Gunstar. Der warst mit Stoned. Stone? Stone, warst du das? Was? Süd-Süd-Osten kamen Schüsse. Hast du geschossen, Stone? Gebt nur mehr Zeit, Schatzi. Scheinbar nicht. Ich bin verwirrt. Vielleicht hat deine Freundin geschossen. Das kann auch sein. Also hast du gehört, geschossen? Ich sag wohl. Das war ich, das war ich, das war ich, sorry. Ich guck Osten, wo guckt die hin? Ost-Süd. Okay, ich guck Norden. Nee, guck du lieber Osten. Nee, Osten nicht gehört. Guck ich Norden. Hast du eben rumgeschossen, Stone? Ja. Ja! Auch ganz eben, oder nur jetzt eben? Auch ganz eben. Hast du ne gesilencede Waffe? Er hat auch ganz eben geschossen. Er war lustig. Lustig. Ich schieß auch mal in deine Richtung, allerdings zielig dabei. Ich kann mein Glück geschießen. Mach mal. Ich schieß zurück. Was ist denn los? Captain Clown was geht bei Pew Pew. Du hast Captain Miller aus dem Kälte. Du schießt. Komm schießt an. Ich muss hier weg, hier sind er. Der hat sich mit seinen Freunden unterhalten. Aber Captain Clown ist disconnected. Ja, den hast du schon mal disconnected. Der Jäger auch. Wie hast du den Jäger auch getötet? Nein. Ich hab übrigens nur eine G-17. Ja, sehr gut. Also jetzt hab ich ja ein mähtes Raketenwerfer. Nee, ist kein Problem. Deswegen war der ein bisschen sauer. Bringst du Wasser mit? Wenn du ihn schon getötet hast? Ich musste weg. Ich hab nur schnell sein Zeug geklaut. Hat jemand Lust immer zu der Base hochzufahren? Ich weiß noch mal, was da geht. Da, wo wir vorhin warten. Wegen die Wasser. Dann geh ich, Emi. Welche Richtung hast du geguckt, Emi? Norden. Dann... Ah, ah, ich guck mich ja nicht raus. Ah, bin ich. Ah, Hilfe. Warum steht das Essen außerhalb? Weil du es von drinnen nehmen kannst. Aber dann klaut man das Essen. Übrigens hat er gesagt... It is one from the Killer Squad. Killer Squad. Ja. Wir sind der Killer Squad. Genau, wir haben schon ein... Pseudonym hier auf dem Server. Finde ich gut. Killer Squad. Killer Squad! Ich bin ein bisschen mit. Nein, das ist ein bisschen. Ich bin ein bisschen. Wir sind ein bisschen. Ich bin ein bisschen. Ich bin ein bisschen. Wo sind die denn alle? Machen die alle Urlaub hier irgendwie? Hier am Strand, im Badetut. Von der Erfahrung sieht man niemanden bei 60 Leuten auf dem Server. Mimi, wie funktioniert das Visier von der SVD? So weit ich bin, hat das... Oben hat das doch so ein Höherring. Großes, ja. Das ist angeblich Nahkampf, so 100 bis 200 Meter. Und dann das da drunter, das erste quasi kleine müsste 300 sein und dann 200 Meter Abstände. Für mich kurz reiß. So wurde mir das erklärt. Danke. Also 300, 500, 700 kannst du so rechnen. Ja, hat gepasst. Nice. Immer noch Schüsse. Ich bin nicht mehr da. Wirst du in der Base? Ja. Ich gehe etwas entfernt auf dem Berg, ich sehe keinen. Ja, hallo. Jo, das bist du wohl. Das ist nur Pseudo, dass man von Kaffee länger wach bleibt. Was redest du? Aus was rede ich, hä? Hast du auch gesorfen? Na ja, nee. Ich muss nur mehr schlafen und bleibst auch länger wach. Korrekt. Hey, seit wann hat diese Waffe denn Licht vorne dran? Hä? Lustig. Krieg mit Eis. Gibt's Krieg? Irgendwie nicht. Bei mir gibt's Krieg. Irgendwie gibt's Wasser? Ich bin gleich erst bei die Burg. Go home plane, you're trying. Ja. So, hier ist jetzt so eine Burg. Geh ich hier mal so rein. Und dann, das Wasser, was hier im Verstand, steht hier nicht mehr. Also nein. Schade. Schade. Schade.